wunderschönen guten tag zu diesem kleinen update zu den letzten nerd news und ja tatsächlich es ist soweit es gibt neben der nintendo direct die ja morgen um 16 uhr auch hier auf dem youtube kanal stattfinden wird eine state of play von sony und zwar um 23 uhr die sich hauptsächlich um in die titel und third party releases drehen wird es wird auch stark gemunkelt dass wir das erste mal die neue playstation revision sehen werden auch wenn die ja eher für einen showcase vorbehalten ist aber wahrscheinlich wird sony nicht dieses jahr noch einen showcase machen zur playstation deswegen gehe ich fest davon aus dass wir die morgen sehen werden und ja wahrscheinlich auch schon pünktlich für das weihnachtsgeschäft dann vorbestellen können weshalb auch die aktuellen revision zu günstig sind unten findet ihr zum beispiel link zur aktuellen ps5 revision die kostet nämlich momentan bei vielen händlern nur 449 euro und ja da die neue playstation 5 voraussichtlich keine mehrleistung bieten wird würde sich auch lohnen das alte modell noch zu kaufen so das war es dann allerdings auch schon mit diesem kleinen update hier und ich sitze gerade noch einem video warum die nintendo switch zwei gerüchte gerade blödsinn sind also bleibt auf jeden fall hier abonniert gerne und ich wünsche euch einen wunderschönen guten tag mit abend bis zum nächsten mal und